Jetzt windet er wieder. Nein, kommt nicht genug. Was? Romeo 1, Sie nähern sich jetzt dem Erntekomplex. Finden Sie die beiden Generatoren und schalten Sie sie aus. Schnell, damit wir den Nexus abschalten können. Klingt ja total einfach. Ist es wahrscheinlich nicht. Wo ist der Haken? Das ist der Ernst allerliebst. Was ist das für eine scheiß Blähre? Super. Super. Alter, ich hoffe, die Halu ist voll da. Okay, Romeo 1. Schalten wir System X ein für allemal an. Okay. Nachts verpackt Ok Hier spielt ein Scheiß mit den Dann kann ich auch mit Scheiß mit den Na was hast du da zu? So wieder eine nehmen Was? Achso Ok Ah dann fliege auf Irgendwas stimmt nicht mit diesem Ort Die Visionen Das Energiefeld um System X Reizt die mesialtemporalen Areale des Gehirns Das führt zu Halluzinationen Déjà-vu Erlebnissen Falschen Erinnerungen Gelegentlich sogar zu dissoziativen Identitätsstörungen Ich bin nicht verrückt Die Visionen sind Vorhersagen keine Halluzination Wie sie meinen Romeo 1 Machen sie jetzt einfach weiter Die hört uns einfach nicht zu Jetzt können sie noch Verhängnis vorsachen Hört ihr das? Ich sehe mich um Sichert mich Ich dachte ich hätte was gesehen Ich sehe mich um Sicher mich Hey Gereck eine neue Ich sehe mich um Ups Was ist das? Ich bin nicht zu Ich bin nicht zu Ich bin nicht zu Ich bin nicht zu Erster Tag in Freiheit Das hast du Ich hab da noch so ein paar Bedenken Das sieht nicht Ich meine, woher, was ist das? Anmachen Zeig, wo ich bin drin Hacke jetzt SES Ausfallsicherungen Notabschaltungssystemanfrage Notfallabschaltung Steuerstab ausreden, um System zu stoppen Notfallabschaltung Umschaltung auf Notstromaggregate Projiziere System X-Quarantäne-Ansicht Warnung System X-Quarantäne gescheitert Was? Nein, so blöd können sie nicht gewesen sein Der Alpha-Chef Schuss Mit der Aufrufung wird sich nicht links gestattet. Initialisiere Kontrollier die Inklusion. Motocoll. Gescheitert. Selbst zerstört. Scheiße. Ach du Scheiße. Alter Marsch. Oh. Ah. Profit, alles okay? Ja. Das war unglaublich. Wir haben es geschafft. Nein, haben wir nicht. System X, Ihre Energiequelle, war der Alpha-Seth. Scheiße. Wenn deine Visionen stimmen. Heißt das jetzt geht die Welt unter? Nein. Es heißt, dass ich jetzt an den Bastard rankomme, dass ich ihn töten kann. Ah. Mega-Over-Alien. Und, naja, wir können ihn natürlich töten. Klar. Das hier habe ich aus Cells Datenbanken. Wir haben wohl ihr größtes Geheimnis gelüftet. Diese Kreatur war die Quelle von Cells Energie. Der Alpha-Seth. O-Alien. Ah, komm! ... Aber, sch honorable, sch liebe this. Ex minute. Nicht gezeigt, Alter. Ja, ich verstehe schon. Es gibt Dinge, die man einfach nicht verzeihen kann. Wir sind eben angekommen. Verstanden. Drücken ins Sektor vor. Alles ruhig. Hörst du das? Granovision aktiviert. Hier ist alles sicher. Völscher-Alarm. Verstanden. Durchsuchung fortsetzen. Kein sicherliches Ziel. Ist da was? Mach nicht wohl genug. Verdammt, wo ist der hin? Granovision aktiviert. Sicher. Hier ist auch alles klar. Nein. Keine Spur von Prophet. Bitte komm. Blacktail Actual. Hier ist Blacktail 9. Alles okay bei Delancey 4 Alpha. Rücken vor zum nächsten Quadrant. Over. Negativ Blacktail 9. Nex hat Red Star Rising ausgelöst. Nichts zur Hölle. Alle Patrouillen werden abgezogen. Red Star Rising? Bitte sagen Sie das nochmal. Verstanden. Red Star Rising ausgelöst. Oh nein. Scheiße. 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 Was ist los mit dem? Red Star Rising? Was denken Sie sich? Was denken Sie sich? Ich weiß nicht. Scheiß auf Prophet. Was schwindet mir? Hey! Was ist mit Stever? Vergiss ihn. Der kommt schon nach. Oder auch nicht. Red Star Rising. Schon mal von diesem Red Star Rising gehört Psycho? Nein. Noch nie. Cell knifft nicht so schnell. Finde raus was du kannst. Wir sehen uns am Treffpunkt. Was ist das? Scheiße. Rasch und Claire sind offline. Du musst alleine zurechtkommen während ich raus finde was los ist. Also das übliche. Ich kugel gerade was mein Leben kann. Oversight. Hier ist Gundoc 1. Alles ruhig im Quadrant. Einfach fünf. Oversight. Roger. Gundoc Oversight. Wechseln Sie mehr ziel. Gebiet ist jetzt eine heiße Zone. So. Wir gehen hier voll auf Stealth mal. Spielt sich nämlich an. So. Booms auch. Alles fett. Tisch. Tarnfeld aktiviert. Vielleicht kommen wir ja auch mal durch ohne zu schießen. Das wäre doch mal was oder? Beziehungsweise warte mal. Ich weiß nichts. Okay. Ich hab ihn. Hier drüben. Stell hat die Turmgeschütze bemannt. Sie sind zwar langsamer aber immer noch effektiver. Tarnfeld aktiviert. Du weißt was sie anrichten können. Also bleib in Deckung. Leck mich am Arsch. Du weißt. Du weißt. Hör'n! Du weißt. Okay. Ich bin der drüben. Okay? Okay. Was ist hier los? Was bin ich eigentlich dran? Was ist das? Eine Mini... Ich denke, ist er wirklich für den absoluten nachkommen. Oh, das Ding hat keine Muni. Was er als allerliebst. Ich bin dran. ... Das ist gut. Wir schützen uns mal die vier. Jetzt drop es. Flankiere das Ziel. Ich sichere nach hinten. Letzte bekannte Position überprüfen. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Prophet. Wir fänden dich. Ich tu nicht mehr. Sie holen die Information mit einer Eskorte. Du hast nicht viel Zeit, sie abzufangen. Nicht, dass das wichtig wäre. Aber wenn wir wüssten, wer mich gefoltert hat, könnte ich einige persönliche Dinge klären. Das ist tatsächlich nicht wichtig, mein Freund. Kommt weg. Okay. 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 ich habe einen ausgefunden klasse suche jetzt die akte des labors so das hat er super geklappt letzte bekannte position überprüfen wieso kommt er jetzt hier auch hoch deine tarnung rettet dich auch nicht nein aber dich kann ich trotzdem noch oh hat sie nichts ist zensiert natürlich sucht überall er ist vermutlich gekommen ist noch der eine übrig mit Kinderspiele oh ist er hin ich kann die von vorne nicht töten was ist das problem sssst ich hab gar nicht geballert oh ssss sss 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 merit sss Oh, oh, oh Ganz cool. So. Dann wäre das auch. Ist die Burt. Ganz normale Pfeile. Hier mal alles. Konzentriert euch auf diesen goldenen Kreis. Sobald sich was bewegt, schieß wir es in Stücke. Ohne Gnade. Was für ein goldenen Kreis. Okay. Jetzt kommt das an meiner Reichweite. Außerhalb meiner Reichweite. Die bewegt. Jetzt töten sie zu selber wieder. Das ist einfach der Hammer. Die Leute. Ist für die Elite Truppe oder? Ist für die Elite. Ich habe das Geschütze erledigt. Wahrscheinlich mein Hack. Beendet. Ich seh' Du siehst mich gar nicht. Mein Schatten ist tatsächlich zu sehen. Okay. Den haben wir da oben. Das war noch nicht alles hier. Willst du verstecken spielen? Kameraden. Willst du verstecken spielen? Kameraden. So. Merkwürdig, oder? Wie macht der das? Sucht überall. Er ist vermutlich getarnt. Ja, so überall mein Freund. Da liegt der andere Kumpel. Du willst doch bestimmt mal nach ihm schauen. Er ist da! Getarnt! Shit! Hier ist alles klar! Willst du verstecken spielen? Komm raus! Nein, ich möchte gerne verstecken spielen. Einfach weil das Fun macht euch zu umgehen und zu töten. Einen nach dem anderen. Oh. Das ist wahrscheinlich einer von denen selbstmörder. Was ist hier los? Ja. Zur letzten bekannten Position vorrücken. Zur letzten bekannten Position vorrücken. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Prophet! Wir finden dich! Aber ich kann es zumindest versuchen, meine Freunde. Du kannst nicht ewig verstecken. Na, das kommt ja. Nein, ich kann nicht. Ich mache das doch viel Geld. Aber ich kann nicht. Dafür bin ich es nicht. Die Leute. Da haben wir uns nicht. Das kommt ja dran. Alles klar. Witzig, das ist so unersteckend toll! Das ist das. Ich dachte noch nicht. Ich kann jetzt nicht mehr. Das kommt mal nur. Ja! Das kommt nicht mehr an zu einemavaşteren這igen, Das kommt gleich an. Ich bin nicht mehr. Die Leute. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Gucken gerade die Treppen runter. Oh, boy. 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 Oh, boy.